Musik 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 Früher waren die schwarzen dampfenden Riesen der Inbegriff für die Eisenbahn. Musik Zu den größten zählen der Big Boy in den USA, die KJ in China, die P36 in Russland, die 12er in Österreich oder die Reihe 241 in Frankreich. Auch Deutschland hat große und starke Lokomotiven zu bieten. Zu nennen sind die Baureihen 05, 06 und 45. Aber auch die 01 mit ihren großen, 2 Meter hohen Rädern oder die schweren Güterzugloks der Baureihe 44 gehören zu den großen. Sehen Sie die Giganten der Schiene in alten Filmszenen in vielen Jahrzehnten im Einsatz. Aber auch der Museumsbetrieb heute wird jeden begeistern. Dazu kommen Güterzug- und Schnellzugloks im Planbetrieb. 58 Minuten Volldampf. 59 Minuten Volldampf. 50 Minuten Volldampf. 50 Minuten Volldampf. 50 Minuten Volldampf. 50 Minuten Volldampf.